hallo meine freunde der tee und ich sind jetzt gerade unterwegs zum paul der hat richtig schön t1 bus und da habe ich gedacht dann nehme ich euch mal mit dann könnt ihr euch das auto auch mal anschauen da will ich zum früher will ich da noch ein schönes video von machen wenn das wetter besser wird und wir sind jetzt auf dem weg zur halle ich denke mal in zehn minuten sind wir da und ja dann sehen wir uns an der halle gleich wieder ist leicht mach auf die hütte sagt das codewort was für ding komm lächel mal schön komm her du fieser typ alter hier kann sich ja gar nicht bewegen was ist denn hier los sag mal hallo hallo das muss erst mal reichen muss erst mal jetzt so tun dass wir ein bierchen trinken würden so 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 Wie nannte sich der Bus? Was hattest du da für einen Spezialnamen für? Was? 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 Boah, Alter, das kann man nicht mehr verhindern. Wie geht es heute? Alter! Was? Kogu. Oberholt. Krassisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020